Ah, hier sind Leute, die unsere Rift brauchen. Ach, jetzt doch? Ja. Wo? Ja, okay. I'm sorry, I have to go, because people kill me sonst. Ja, komm her. Wow, wow, wow. Ja, komm her. Oh, das ist was, da kommen die ganzen Viecher her. Ja. Am neben der mich hört. Wir sind ein... Wir sind Frauen und Frauen. Wir sind Frauen und Frauen. Lauf uns für Medizin, Nahrung und Wasser. Können wir elektronische Ausrüstung und Position anbieten? Bitte, helfen Sie uns. Alter, ich hoffe, ich habe mir festzubeißen, blöde Sau, Alter. Nein, 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 nein. Ich habe mich wieder kaputt. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Bitte, helfen Sie uns. Ich habe schon über die Spakette hier liegen. Urgh. Oh. 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 nein nein ja nein alter pass mal auf du dummer spaß da unten du kannst steine werfen ich schmoller kaufs alter kommen mir alle her gekrochen alter alter zersiebe ich alles ohne spaß bist du das ja 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 Oh doch, wo kommen die ganzen Viecher her, alter? Blöder Bastard, ne? Hier sind Frauen und Kinder. Im Ausforsch für Medizin, Nahrung und Wasser können wir elektronische Ausrüstung und Funktion anbieten. Bitte, helfen Sie uns. Das ist ein Lootfest hier, kann das? Ja. Du musst mal da vorne noch einen Platz sehen, wie viele Kurspakete das sind. Alter, den Typen. Wow! Was dann? Siehst du, wie der Typ da hängt, in dem gelben, hier, den da? Welchen? Wow, alles klar. Diesmal hau scheiß aus, sonst war nicht drauf, weil ich will nur Ruhe lupen. Ja. Ich liebe das, hey, dieses Spiel ist so geil. Bitte, helfen Sie uns. Alter, wie viele Boxen. Das ist der Shit. Alter, scheiß mal auf Pablo Escobar, Alter, Fidel Castro, aber volle Kanne. Alter, die... Du, wow. Ja, Eskalation! Alter, guck mal hier, die Stapel ist sicher auch. Alter, die waren gerade vier Stück aufeinander, was ist denn hier los? Hier sind Frauen und Kinder. In Hauptdeutsche Medizin, Nahrung und Wasser. Never disturb a Luther, my friend. Never. Aber... Bitte, helfen Sie uns. Kannst du mich schon mal bitte heilen? Das ist bestimmt mit Medikums, als ich. Oh, oh! Oh, oh! Ja, wo kommt der Mutterficker wieder her? Hallo, hallo, warte mal. Dreh dich um. Ich kann nicht, ich muss nur... Ja! Ja, danke für den Bitslap aus dem Leben, ey. Alter, der hält aber nicht wie eine Schüsse aus, wa? Nee, mit der Schrotze nicht. Guck mal, bam. Warum bist du nicht tot? Ja, guck mal, hier sind auch gerade so viele Punktpakete. Wir haben den ganzen Platz gesäubert, kann das? WOOOOO? 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 AHHHH. WOOOOO! AHHHH watAS! von Oh, Junge, es ist sehr viel Loot. Stay down, do not resist. Ab in die Diktatur-Ecke mit dir, du stinkendes Stück Scheiße. Oh, wow. Bitte helfen Sie uns, kommst du dahin und auch ist keiner da. Vielleicht machen Sie einen Ausflug, keine Ahnung. Ja, einen Ausflug, wohin wohl, in die scheiß Hölle, Alter. Ja, wie viele Pakete hier noch liegen, Alter. Oh Gott, ey, was haben wir hier gemacht? Im Austausch für Medizin, Nahrung und Wasser können wir elektronische Ausrüstung und Munition anbieten. Bitte helfen Sie uns. Hier liegen so drei, vier Sachen gestapelt, Alter, schönes Ding. Wir fahren so ordentlich, ne, übereinander. Wie gesagt. Wo hast du denn jetzt noch Sachen gefunden? Ähm, in der Ecke, wo wir gekämpft haben. Hier. So. Da glaube ich gerade hin. Hier. Hier habe ich noch welche gefunden. Oh, hier sind auch noch zwei. Schnüffel, Schnüffel, Schnüffel. Hier in der Ecke habe ich auch noch welche gefunden, tatsächlich. Boah, Junge. So, sollen wir mal weiter zum Wapern? Wir sind Frauen und Kinder. Ja, aber vorher ruhig wieder hinten in den Rotze, Bastard. Ich sterbe. Warum? Weil er mich angekotzt hat. Wow. Das war echt brutale Ratze, Rotze, Alter. Es hat genau so eine Rotze wie von dem kleinen grünen Helfer von Scotty in dem neuen Star Trek. Timeline. Das heißt, wenn der krank ist, hat er ja diese Ätzende Rotze. Wo? Hey, wir haben ihm geholfen. Ja, es wird ein Regade gekübt. Du bist alles zu krass. Lady, calm your tits. Otherwise, we have to do what we have to do and get you out of the life. Out of the life. Du hast Lebensverbot, bitch. So. Ähm. Habe ich nicht gesagt. Was dann? Out of your life? Ist okay. Nichts Verwerfliches dran. Planeten. Planeten. Ging's von dir auch noch, Alter. Dieses Geräusch, wenn der Baisy mit dem... Ach so schlimm. Ich habe da übelst einen runtergetreten gerade. Und damit meine ich nicht, ich habe geschissen. Wow. Au. 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 Neue Hüfte, bitte. Au. 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 육urt. Du knackst die Schloss scheiße da und ich knack die andere Schloss scheiße, okay? Äh. Dir. die tür ist offen was gibt es hier zwei kisten ja 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 gib mir loot gib mir alles was du hast da ist eine kiste mit viel zeug drin eine kiste mit einer schnur und im kleiderschrank liegt ebenfalls eine schnur zwei schnüre ich habe jetzt auch noch ein kopf liebe band zombie tape aktion kommt klar so und was nun das ist da wieder reißt leute am prügeln das ist so ein feier fassen ja so ein ohne team spaß die komm mal da klopfte an die türen kommt direkt zum kaufhaus typ raus oder wow marmeladen sandwich so ich bin out of ausdauer ja die türen wow meine fressel Naah, das geht nicht so, wie es mir am Sack ist. Wow, der ist einfach gespawnt. Okay, du hast keinen Kopf mehr, kannst dich bitte hinlegen, Typ. Danke. Boah, wo kommt die denn jetzt her? Da war doch gerade keiner. Wow! Tschüss Kopf. Hallo, hallo. Komm und Tüter Bell. Die Fallen von den Däschern? What the fuck, Allah. Was kann ich? Die Fallen von den Däschern. Die Zombies. Deswegen werden es hier unnötig viele. So. Ich muss mal kurz ins Inventar, ja? Ja. Ja, geht so. Ich werde es mal hier den Typen da. Was im Leben eliminieren. Was war? Auch nix, du musst es angegriffen. Alles gut. Ah, danke für den Save. So, up to the waypoint. Stop. Stop. Stopus bigus, Alter. Ich muss erst mal sammeln hier. So, ja. Ich habe es schon gemacht. Ich habe es schon gemacht. Ich habe es auch noch nie und! Öh!